polizei ja man darf ein scooter fahren kein helm wen juckt es gerade was aber müssen wir eigentlich hin voll die fette sachen im sklein voll die moppe geklickt ja und ich wollte vorher schon scooter fahren die dinge gehen flappe was macht denn eine polizeikarre ist das so eine polizeikutsche oder nicht auch mal platz da ich habe jetzt gar nicht wo ich einen helm kaufen kann ich habe bestimmt irgendwo kaufen hier aber man wie geil jetzt räumen wir mal die bude da hinten auf mit wasser wo will der eigentlich hin wohl wasser hinfahren aber nicht für wasser reinge platz 2 geile sache Oh, das muss es schmerzen! Boom! Uh-oh, das sieht nicht so gut aus. Was in der Hölle denkst du, dass du dich machst? Was hast du gesagt? Smaschiert in unsere Barrikade? Komplettlich aus der Kontrolle. Du bist verrückt? Ja. Ich muss mit dem Edgar-Kid sprechen. Ich glaube, dass er dich nicht möchte. Und du kannst nicht in, während die Kraft ist, trotzdem. Hm, okay. Hallo, mit den Landstreichern-Trix geht alles. Ah, werfen wir einen Backstein auf mich. Aktivieren. Gut. Kann ich denn da so irgendwie hin? Hä, wie komme ich jetzt da hin? Achso, man konnte sich ja bücken. Schneid, 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 schneid. Och, genau kriege ich noch da drüber. Jungs, das ist euer Ernst. Der Landstreicher hat mich gelehrt, euch zu verprügeln. Und zwar mit geilen Tricks. Wir müssen durch das Red Star-Bilding. Okay, ja, beinne ich den Weg zur Chemie-Fabrik frei. Na, komm. Tschüss. Die Alte läuft zu weit, jetzt hat sie gleich bestimmt Schaden irgendwo. Okay. Bleib du mal da und ich mach die Arbeit. Das war ja sowieso klar, fast. Äh. Okay, und jetzt? Bestimmt da durchgehen und dann wiederdrehen und da durchgehen und wiederdrehen. Ja. Also, da kann man sich auch was aufbauen, ne? Jetzt holen wir davon, dass wir dahinter kommen. Ah, Jungs. Ah, jetzt kommt so ein komischer Clint-Verschnitt. Das ist bestimmt eine Verarsche von Clint wieder. Ah, warum hilft die denn uns eigentlich? Die ist ja auch Städterin. Komisch. Äh. Wo ist das denn? Ach, da, auf der anderen Seite. Ja, ist ja gut. Milady. Okay. Oh, der liegt gleich. Der liegt. Oh, und du liegst jetzt auch. Komm schon im Eck in der welche, oder nicht? Oh. Ein Wunder nicht. So, und ich muss bestimmt jetzt ganz ausrumlatschen und so, kriegt jetzt was, wird entführt. Hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Aber wir können mal... Ne, wir können mal hier so ein paar Eierchen mitnehmen oder so. Das hier. Oder meine Jute-Flitsche. Da ist noch eine Tür. Da steht es aber nicht vor. Das ist bestimmt der Ausgang. Ich bin never gonna push you that fast. I don't think I can be all of them. Hang on, Jimmy. You'll see. What's new? I will break my heart, baby. Ah. Sie hat die übernommen. Ich muss jetzt Omar finden oder so, was war das? Aktuelle Aufgabe, finde Omar und nimm ihn einen Schlüssel der Fabrik ab. Okidoki, machen wir mal. Klapp, klapp. Oh, Jungs. Ok, nur meins. Bam. Ist noch ein dritter, der ja. Kikert. Dankeschön. Nach Edgar? Wer ist denn Edgar? Edgar, Edgar, Edgar. Keine Ahnung. Hey, wo muss ich denn hier? Nutzen. Ah. Ah, finde Edgar. ich darf jetzt den ganzen weg runter lassen da wie was war da ist das da unten grün gewesen und säurebecken oder so vielleicht oder irgendwelche komischen chemikalien was weiß der geier oh nein bitte nicht so was das ist ja ich weiß warum edgar keine ahnung werde ich den besiegel städter vielleicht bei mir auf der seite oder so was ich werde mich mal schon mit der kartoffelkanone ausrüsten weil die scheint mir doch sehr effektiv für diesen moment zu sein ach da ist ne leiter so wie weit muss ich denn noch runter nochmal balancieren anscheinend komm schon komm schon nicht runter fallen nicht und nein nicht runter fallen nein schön nur bleiben nein nicht runter fallen ich hätte jetzt so gerne das abwehrgeschützt bei den strebern dann soll ich die waffen habe komm schon boah was ne brodelne rotze da wird das lustig ich wollte sie einfach mit dem ding da wird das